haben wir es geschafft? nice nice try einen wunderschönen guten tag oder guten mittag guten abend oh wir haben geklaut nein, willkommen zur Folge Rainbow Six ich denke mal es ist die erste die ich in diesem Jahr 2017 auch hochladen werde ja heute sind wir ein bisschen alleine ein bisschen locker ein bisschen um zu quatschen um 11 am Samstag ich glaube die anderen pennen noch ich brauche heute eine Folge oben und deshalb bin ich so jo das machst du heute alleine jo was haben wir 2017 so vor also die die diesen Kanal schon ein bisschen verfolgen die sehen das bestimmt und so seit naja wir nennen es mal November ähm nichts mehr so großartig kam das ist jetzt aber müssen wir doch irgendwie verstecken dafür das ist also uns schämen das war einfach eine zeitliche Sache eine technische Sache es kommt immer noch so ein bisschen auf Internet drauf an und das war bei mir zurzeit ziemlich schlecht ähm dann auch die Zeit also wurden viele Arbeiten geschrieben wegen der Schule wir sind ja noch Schüler also alle drei von diesem Kanal sind ja danke ähm alle drei von uns sind äh Schüler und natürlich hat man eigentlich hier 24 7 Zeit für YouTube und ja ist jetzt mal so und da müssen wir alle mit klarkommen aber ich denke mal ich werde jetzt so im Laufe der nächsten drei Monate schon ordentlich ein bisschen Rainbow hochhauen weil wir das auch als Clan halt übel so oft spielen also ich dem wir spielen hier jeden Abend also im BWW-Clan spielen wir ja ziemlich oft Rainbow sobald ich nicht so ein bisschen verkrüppelt rede aber ich konzentriere mich hier ein bisschen auch wenn das mein erstes Match heute ist guck mal da komm noch ein Schritt naja alle denken oh wir schießen doch an ja wenn ich ihn jetzt einschieße verrate ich mich also oh ja mach mal die BUDE ja okay verpissen wir uns schnell lassen die alle mal ein bisschen ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe also das Gefühl, dass da Winterkranker steht und wir hier gleich aufs Übelste wegfügt, genau. Okay, ähm, jetzt holen wir hier eine Claymore hin, verpieseln uns. Ja, keine Glanzzeit gerade bei mir, aber wie gesagt, das ist die erste Runde, die ich heute spiele. Ich wiederhole mich wahrscheinlich. Aber naja, ich spiele alleine. Finde ich voll traurig. Einfach keine Freunde. Oh, nice, ich habe gar nichts gemacht, die Runde. Finde ich relativ sehr geil. Mein Mate, der holt fast einen Ace. Arambo. Arambo, aha. Soll ich auch so. Ah, wir haben Seppi gespielt, alles aufgemacht. Finde ich richtig toll. Ich bin noch am überlegen. So, auf der Facebook-Seite kam ja immer dieses Gerückt. Äh, Gerückt. Ja, Gerückt. Jo. Gerückt. Nein, das Gerücht, ähm, Minecraft Opus. Ähm, ich will noch nicht so viel verraten, ob das nun startet oder nicht. Es ist schon alles vorbereitet. Aber, wir haben auch alle das Spiel, aber es fehlt so ein bisschen die Zeit. Also, eventuell noch Minecraft Opus, die Sephora ist fortfahrend. Dann viele von uns spielen auch Grand Theft Auto. Also, da denke ich, das könnten wir dann schon irgendwie mal so ein bisschen bringen. Oder aber gucken, gleich starten wir auch ein bisschen mit Horror. Ich hab auch so einen kleinen Pfb für Horrorspiele. Also, mir gefällt sowas. Vor allem, wenn es jemand von euch kennt, The Layers of Fear oder Outlast 2. Der, sag mal, Outlast 2 ist also der bekanntere Titel. Und da würde ich schon mal so zendieren, dass wir sowas bald mal anfangen. Aber, naja. Kleiner Kanal, viel vor. So, wir sollten uns erstmal alle kleine Ziele setzen. Und ich treff schon wieder, immer wenn ich YouTube spiele, äh, YouTube spiele, wenn ich immer wenn ich YouTube aufnehme, treffe ich hier keine Kamera. Deswegen, ich lass es lieber. Okay, ich lass es lieber. Oh, die hab ich getroffen. So, und ich wurde entdeckt. Na, es gibt mich jetzt nicht. Zeihner Kanal und erstmal kleine Ziele. Das ist ja erstmal. Wir bringen jetzt erstmal wieder The Forest. Das hauen wir noch die Ass. Reinforce das Wall. Boah, labern wir doch mal nicht ins Kreuz, ne? Du bist so, du bist belastend, mein Mate. Ähm. Wir haben erstmal so vor, zumindest die erste Staffel von The Forest, ähm. Zu Ende zu bringen. Hat der eine Pumpe? Komm, hast du eine Pumpe, hast du eine Pumpe, komm. Nein, hast du nicht. Ich setze den Herzflag-Sensor ein. Ist das natürlich jetzt richtig kacke? Anyone can open this drop here. Guys? Herzflag-Sensor eingesetzt. Nein? Keiner. Oh, yo. Thanks, mate. Boah. Na, schießen die dann mal durch, oder? Nein. Den... Boah. Ich weiß, ich bin immer gerade auch richtig sahtlos. Ich bin so richtig schlecht und sowas. Ich weiß auch nicht, wie ich euch jetzt hier beschäftigen soll. In Form, hier zu labern. Bin ich so echt der Falsche für? Aber, naja. Vielleicht fällt mir dann noch was ein. No? Gucken. Hier ist offen. Oh, Jesus. Three from tower... Three guys on the tower. Ja, ich mag's. Das ist richtig geil. Ey. You didn't expect me. Wo bist du? Sie sind gerade in Jude gestorben, ne? Ist jetzt so schlau is? Schuss, dass ich von hinten entweder überrannt werde, oder von hier. Auf jeden Fall latschen die da rum. Ein Gegner verbleibt. Haben wir's noch nicht geschafft? Nice. Nice try. Nice try. Ja, Schein hat was gemacht. Ja fein. Hm. So. Bin halt auch überlegen, ob man irgendwas Wichtiges sagen können. Haaah, mir fällt aber nichts ein. Ähm. Tja. Bitte, kannst du mir einen Sledge geben? Ich habe eine Quest mit Schotgun. Ja, was spiel ich dann? Ach du warte. Ich mach mal wieder. Ich mach mal wieder Zappel und mach alles auf. Wie immer. Äh. Wenn man will. Obwohl ich spiel eigentlich nur so mehr den Sledge. Sledge ist so meine Klasse eigentlich, aber naja. Ist es Samstag. Mittag. Ich bin nett. Gewöhnt euch nicht dran. Ähm. Wenn ich irgendwelche Spiele habe, die euch gefallen, dann würde ich einfach mal sagen, schreibt in die Kommentare. Wir beraten das so als Team. Und. Ja. Ich bin jetzt dafür, dass wir so ein kleiner Kanal sind. Also ich muss schon sagen, 22 Abonnenten. Also. Wir werden niemals so ein Kronko oder so. Das habe ich auch gar nicht vor. Aber ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Abonnenten. Ähm. Die Klicks sind eigentlich auch mehr als die Abonnenten. Das ist auch richtig geil, finde ich. Finde ich schon mal toll. Dass wir mehr Klicks haben als Abonnenten. Das ist eigentlich schon schön. Aber bloß, wenn ihr irgendwie was habt, ne. Kommentar oder so. Haut das da unten rein. Also wir lesen uns da schon durch. Ist nicht so. Auch wenn wir jetzt hier einen monatigen Video mehr gebracht haben. Heißt das nicht, dass wir nicht reagieren oder so. Du kriegst mich doch. Oh, labert noch nicht so viel. Heißt das nicht, dass wir hier eure Kommentare nicht lesen. Also wirklich schreibt was rein. Es gibt wohl von uns einer, der wirklich Kommentare liest. Von unserer Truppe. Der ist da nonstop damit beschäftigt, dass er eure Videos abcheckt. Also macht das einfach. Haut rein. Spiele, Empfehlungen, alles was ihr habt, ne. Hauts Rinde in die Bude. Nee, ist das egal. Vielleicht kommt mir hier gleich ein Jude entgegen. Oh, da war er. Ah ja. Kacke. Da war er tot. Danke euch, dass ihr das Fenster verletzt habt. Danke euch, dass ihr das Fenster verletzt habt. Ich hab so im Urin des... Ich hab so im Urin des... Ich hab so im Urin des... Dings sitzt, ne. Sitten da sitzt einer? Ja, sitzt da. Toop? Hab ne Idee. Ah, die Idee geht doch nicht auf. Wurde entdeckt. Steht da vor? Denkst du? Wurde immer noch entdeckt. Ist das richtig kacke? Hallo? Keine Valkyrie, Mann. Ist das richtig homo? Scheiße. Der hat nur Frost. Das ist richtig hoch. Horst. Horst. Ah, ist locker, ne. Können wir doch mal eben schnell... in den Schrank reinspringen. Frostfall ist weg. Frost sitzt. Ne, Kapkan sitzt da. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behältes fortfahren. Und da war er. Und da war er. Nice. Geilo. Okay. Makelloser Sieg. Das war's auch mit dieser Folge. Wir waren zwar weit hinten. Viel... Doch, ja. Viel Kills. Jetzt weiter. Ja. Ja, good job. Sehe ich auch so. Hoffentlich wird's ein gutes Video. Mal gucken, wie ich mich einstellte beim Schneiden. Deswegen würde ich sagen. Bis dann, Jungs und Mädels. Haut rein. Ciao.